Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play der Leiterschaft der Spirit Tracks. Wir sind hier im Turm der Götter. Wir wollen in das letzte Abteil des Turms. Wir laufen noch mal schön los. Ich bin extra noch runtergegangen, damit ich noch mal hochlaufen kann, weil ich das so cool finde mit der Musik. Ich liebe sie. Das ist wunderschön, ey. Ich feiere das, ey. Ich feiere es halt echt. Ich feiere es wahrscheinlich mehr, als ich sollte. Aber ich finde es halt echt gut. Ah, das ist wundervoll, ey. Das meiste ist einfach wundervoll. Ich liebe es. Aber ich habe es im letzten Paar da noch mal ein bisschen länger drin gelassen, die Musik. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal reingehen. Die Dusche der Musik ist vorbei. Und jetzt kommt die Blöde Turm der Göttermusik. Das ist die letzte Prüfung, Link. Nur noch dies hier. Und dann sind wir auf der Spitze des Turms. Aber ich mache mir dennoch Sorgen. Schiene. Ja, Schiene. Ich hoffe, es geht ihr gut. Die kann auf sich aufpassen. Gegen so einen Schmalspuppe Ganoven wie The Lock. Die Dings ist eine Chance. Da hast du schon verkackt. Das hilft mir ja alles nichts. Oh, jetzt hat er jetzt entdeckt. Schiatt. Nicht mit mir. Jetzt versuche ich gleich beide, ey. Ah, ist zu. Jetzt kommt er da hoch, ey. Oh, Mann. Das ist noch ein Blödsinn, ey. Das mache einen doofen Blödsinn, mach ich, ey. Oh, wie die mich halt aufregen. So. Das ist auch wieder nicht durch, ne? Wobei doch. Doch, da musst du durch. Link, please. Please, my friend. Scheiß da. Aha. Okay. Jetzt hat er mich fast gesehen, ey. Bullshit. Boah, voll eingesperrt jetzt, ey. Wenn die mir nachher gegangen sind, ist es da eigentlich nichts. Oder wenn er jetzt nachgucken geht. Ich bin im Arsch. Okay, so habe ich gehört. Beile dich, beile dich, beile dich, beile dich. So. Ein Blödsinn. Gebe ich das überhaupt hoch? Ja, tatsächlich. Okay. Da ist vermutlich dann der Schlüssel drin, oder? Hm. Jetzt holen wir noch den Tropfen, dann sind wir so weit erstmal hier fertig. In diesem Stockwerk. Fürs Erste halt, ne? Da kommen wir dann später rein. So, ja, das ist doch wieder scheiße. Die anderen zwei Tropfen dürften im nächsten Stockwerk sein. Ich hoffe, wir haben schon mal eins da. What do we have here? Das ist fantastisch. Geht mal, mach dich doch mal in Ruhe hier. So, ich schätze mal, nicht, dass wir das irgendwo da mit unten... Das wir das nicht da irgendwo mit runternehmen müssen, sondern hier nach links. Ich glaube, ich bin mir fast sicher. Ich muss das aber auch erstmal drehen, ne? Da drin. Haben wir das auch geschafft. Jetzt kommt hier eine Brücke, jetzt kommen wir da durch. Juhu. Nehme ich mal mit. Sicher ist sicher, ne? Sicher ist sicher, ne? Nehme ich mal mit. Bam, 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 bam. Hm, hm, hm. Na, alle Freunde. Und jetzt spawnt hier ein Fantum. Guck mal her, er rampelt hier mal wegen alles kaputt, sag ich. Sag ich. Da haben wir. Scheiße. Oh no. Einem tot. Ja, wenn die einen treffen, hoppala, dann bist du halt sofort weg. So. Hm, hm, hm. Da musst du vorsichtig sein, ne? So, ich sag mal letztendlich, ne? Der hängt fest. Letztendlich. Da kommt er nicht durch, oder? Schon Angst gehabt, aber da kommt er nicht durch. Knappe geschichte, du. Arschloch. Nimmt aber eh nicht mit, ne? Nimmt das mit? Nimmt er nicht. Das ist locker nicht richtig. Das ist locker nicht richtig. Ich wollte, alter, du Arsch. BABAM. Piss ab. Hier bin ich. Was um, ey? Es geht aber bestimmt gleich wieder zu, ne? Ja. Achso, Moment nochmal. Sonst kann ich da nicht hochschulen, ne? Nein, das ist nicht möglich. Hm, 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 hm. Hä, wo ist das denn jetzt? Ach nee, Quatsch, hier ist das, ne? Hier ist das, ja, 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 ja. Habe ich vielleicht Dummheit gemacht, indem ich das, ähm... Bis ich das jetzt jetzt treffe, ne? Ich hab's getroffen, ne? Wahrscheinlich hätte ich das, 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 das hier ganz unten... Ja, ist ja gut. Oh Gott, wahrscheinlich hätte ich das, das hier lassen müssen, damit ich halt, ähm, besser den Pfeil treffe, ne? Das heilige Schwert, komm her, komm her, komm her, ich kriege dich. Damit gehört das zu Rollfantum, oder wie sie heißen, auch uns. Gleich viel besser, hey, ich hab ein Trümmerfantum übernommen. Jetzt kann ich durch die Gegend rollen, hoffentlich wird man nicht schlecht, ey. Na, Zelda. Äh, aber so weiter hier in diesem Raum. Komm, komm schon, ne, machen wir mal an, hier alles. Dann, hm. Ich warte, ja, Zelda, ich warte. So. Rolle. Rolle, was das Zeug hält. Das ist ungerollte. So, wir machen hier gleich hier mal und übernehmen den. Kommt sie jetzt so in der Rollfantum gar nicht durch, oder doch, kommt sie? Arschlöcher, ey. So, Zelda, ja. Boah, liegt durch, du. Boah, was das Zeug hält. Der Kacke da. Boah, geht so weiter. Okay, haben wir das. Mhm. So, was macht das? Na, mach ne Schatztruhe. Das finde ich gut. Was haben wir da drin? Aha, okay. So, Zelda sich mal da draufstellen. Ein groben Bernstein. Sehr gut. Jetzt hängt sie dann natürlich fest. Kann ich das Ding runterpusten? Nein, das geht nicht. Kann ich so unterpeitschen. Nee, kann ja auch nicht. Achso, nee, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß es doch. Ich weiß es doch. Soll ich jetzt eigentlich nicht? Nee, wir lösen das schon noch. Achso, ich hab dich dazu gemacht. Ich hab gar nicht mehr rausgekommen. Oh, komm unter, dass er nicht mehr rauskommt. Komm unter, dass er nicht mehr rauskommt. Kannst du nichts mit der Hand nehmen, ey. Oh, Zelda, Mann. Please! Letztendlich kann ich jetzt sowas so einfach... Ja. Ja, jetzt, Moment. Moment, le molle. Das funktioniert gar nicht. Was zum Teufel ist es für ein Scheiß? Nicht mal im Stehen kannst du in der Hand halten. Okay, das ist ähm... Jetzt ist das... Alter, ich krieg hier noch einen Anfall, ey. Was ist denn das für ein Scheiß? Ne, das ist... Das ist doch zu behindert. Ich warte erst, Alter, ich warte. Ich hasse dieses... Ich hasse diesen Turmlergötter, ey. Überall muss irgendwas draufstehen. So, warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt chill doch mal. Wobei, naja, das hilft uns ja nix. Das hilft uns ja alles nix. Na, das ist... Lass es lieber mal. Ähm... Jetzt warte mal, warte mal. Ich denke mal, den da kannst du ruhig mal nach unten schieben. Wenn wir uns jetzt mal Oblix bringen. Hm, hm, hm. So... So viel kann ich auch mal sagen. Das wird funktionieren, auf jeden Fall. Okay, haben wir schon mal das. Könnt' ich... Da kann ich... Da kann ich den problemlos rein schieben. Okay, geht nicht. Lass es gehen, Zelda. Please. Ich glaube, wir machen jetzt... Ich mach diesen Part jetzt den Turmlergötter mal ein bisschen länger. Jetzt ist Zelda. Okay, was haben wir da drin? Ne. Äh, mal gucken, wie geht's hier weiter. Wann ich nicht ganz behindert bin. Kann man es da eh... Ne, da oben... Ja, gut, da oben kann ich ja... Da kann man ja was rein schieben, ne. So ist es ja nicht. Gibt's aufseite, du schaffst es nicht. Okay. Vergiss es, vergiss es. Das, was wir eigentlich haben, ne. Schaffst du es? Schaffst du es? Nein, Gott. Schaffst du es? Schlüssel. Ja. Ich mach das nicht. Schaffst du es hier unten? Ja. Schaffst du es? Der Schlüssel... noch sein soll. Ne, ernsthaft nicht. Ernsthaft nicht, wüsste ich nicht. Ähm... Ja, hier blick ich auch noch nicht wirklich durch. Ich bräuchte halt ein normales Phantom, kein Roll-Phantom. Na, dann wird's, dann wird's gehen. Dann wird's gehen. Das sieht mir böse aus. Verglichen mich fällt eher ein. Alter, please. Oh man, ey. Zelda, please. Ich bitte dich. Alter, ich bitte dich. Alter, was für ein Scheiße. Was für ein Scheiße. Mit diesem Körper kann ich dich nicht überbringen. Was tun? Naja, wer kriegt's oder so ein... Wenn's mit so ein neues, dann kann ich das auch nutzen, um die Station noch zu holen. Gut gemacht, Zelda. So, come back, girl. Gehen... Gehen wir die nächste Ebene. Einen... Einen... Bossaum prinzipiell. So. Mach immer alles kaputt dahin. Ich lass mal dieses untere, ähm... Gewölbe. Das können wir hilflich sein. Ja, neuer Monster. Ja, neuer Monster. Ja. So. Haben wir das also auch geschafft. Super. Aber jetzt wird's übel. Jetzt kommen nämlich gleich... Vier von diesen normalen Phantomen und das gleichzeitig, ey. Deswegen war's wahrscheinlich doch eigentlich gar nicht mal so schlau, dass ich diese ganzen... Felsen entfernt habe. Weil jetzt kann ich mich nicht von dem verstecken. Jetzt darf ich gucken, dass ich ausweiche, ey. Oh, das war knapp. So, ich brauche eh nur eins. So. Auf ins normale Phantom Zelda. Folge mir. Wir verziehen uns. Das normale Zelda Phantom ist immer noch das beste Phantom. So, haben wir jetzt richtig... Ach, das ist ja auch scheiße, ne. Aber wenn ich jetzt... Wobei, ne, ich hab's ja ausgemacht, ne. Ich hab's ja... Ach, das ist... Ich weiß nicht, ob ich das so mag, ey. Ich weiß nicht, ob ich das so mag, ey. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Weil wenn wir jetzt den Raum wechseln, ne. Wenn ich dann jetzt wieder hochgehe, dann ist die Felsen wieder an. Und dann ist die Frage... Ob ich dann so wieder hochkomme, ne. Weil mit dem Bumerang werde ich dann nicht vorbeikommen. Scheiße, ne. Und ich glaube nicht, dass diese Zelda hier... Na, weil die kann die Felsen... Ja doch, sie könnte sich auch durchschlagen, ne. Das wäre auf jeden Fall möglich. So, warte mal. Bleibs da. Bleibs da. Ich hol das Ding. Geht mal weg da. Da, 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 da. So. So. Los Zelda, los. Nimm das Ding mit. Deine. Da, da, da. Da, 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 da. so was ist der drin ja der kugel super cool ich habe mir genommen wir waren glaube ich noch oben so es ist die frage wie wir hier gut durchkommen oder ist es noch aus es scheint noch aus zu sein ist es nicht es geht langsam voran aber es geht voran ein scheiße da ist da okay machen wir das rätsel hier nochmal danach ist denke ich mal gut da ist der richtig lang nein nein das schon in der laber so wir wollen ich will kann ich echt nicht hochgehen so das muss auf jeden fall vielleicht möchte ich wohl da eigentlich auch mit runter nicht verarschen link diese das wollte ich nicht das war auf jeden fall schon mal gut dass ich das da hingestellt habe so ja ich will schon ich weiß schon ich weiß schon Alter selta please spawnt das ding auch nochmal nach oder ist es jetzt weg weil das wäre nämlich scheiße ich vermute fast dass Zelda da stehen bleiben muss das ganze ja dann wieder aufheben muss auf jeden Fall muss sich da hinstellen dann muss ich da oben auf meinen Platz so Fraulein auf Position mit dir ach es ist anstrengend dieser Teil des Turms ich fand fast der vierte Teil ich hatte den total nervig in Erinnerung den vierten Teil vom letzten Mal aber eigentlich war der ja gar nicht so nervig so was mich jetzt ein wenig wundert ja das müsste schon gehen ansonsten Ende ist halt ein bisschen um erstes Mal hier das damit das Tor aufgeht dann das so schiefgegangen warum hat das eben nicht geklappt so bam absgeschorft absgeschorft ja gut die Tür kann ja gerne zugehen das ist mir dann auch egal so Zelda sorry scheiße funktioniert mit bitch leg das mal weg oh Link please ich wollte das nicht ich wollte dass du deine feitsche nimmst so komm her Zelda so sorry Zelda ich wollte dich nicht hauen aber ich wollte dir nur das Teil abnehmen damit du das nicht mit der Hand herst so oder ne wisst ihr was wir machen das ganze wir machen jetzt diesen ganzen Turmschluss in einem Paar das ist mir egal ob der Dung wird ja dann da dann da dann da dann fehlt eh nicht mehr so viel da 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 könnte fast was ist hier schon die letzte Ebene aber na ja es kommt noch ein Raum Das ist der letzte Raum, so hier kommen wir mit Zelda nicht durch, chillen wir da, chillen wir da, weil, ne, soll es wieder rum, ja, das hilft mir ja soweit jetzt auch mal nichts, ne, 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 wir haben das erste Mal, ich denke schon wieder völlig verkehrt. Jetzt aufrufen, klick, was macht die, die läuft zurück, dumme Kuh, wenn sie den gleichen Weg gehen kann wie ich, aber da kommst du nicht durch, weil er Treibstand ist, ne, das ist jetzt so schwer in der Phantomform, da, 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 da. So, du bist die Einzige, die den Schlüssel nehmen kann, und da kommen gleich mal die Wächter, ey, weil die denken sich, Alter, nein, ey, der Schlüssel gehört uns, ihr dreckig, ne, Platz bei den drei, ne, es wären vier, weil drei sind nicht genug, das kann schon, das kann schon schwierig werden, endlich, Link, jetzt brauche ich deine Hilfe. Immer in Bewegung bleiben, Selda. Okay, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir gut, haben wir gut geschafft. So, jetzt können wir jetzt, ist eigentlich schon vorbei, jetzt können die nur noch irgendwie mich, mich prügeln, aber bringt denen nix. Und da hat Selda es auch schon geschafft, sehr gut. Wir haben es geschafft. Feuer geht auch aus. Brücken entstehen, damit wir uns hier fortbewegen können. Und da haben wir es auch schon geschafft. Sehr gut. Sehr gut. So. Okay. Hey, Stahlverskopf. Dum, 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 dum. Dann würde ich aber behaupten, war es das mal für diesen, ja, etwas längeren Part. Ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit, ne. Bis zum nächsten Mal bei The Last of Zelda Spirit Tracks. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Macht's gut. Tschüss.